Heute beim Retro-Rückblick. Was wurde eigentlich aus Atari? Und die Kurzmeldungen. Retro-Rückblick, der Nachhine-Rückblick fürs Retro-Computing mit Dennis Paula und Hagen Hamann. Hallo und herzlich willkommen zum Retro-Rückblick. Hallöchen. Hagen, sechste Ausgabe schon. Ja, geht ratzfatz, oder? Ja, also eins nach dem anderen weg und wir haben ja auch viele Zuhörer und Zuschauer, dann freut uns sehr, dass euch das gefällt und ich muss euch auch gleich eine kleine traurige Nachricht sagen, denn wir gehen in die Winterpause. Also jetzt erst mal erste Staffel vorbei mit dieser Sendung und dann gehen wir in die Winterpause und im Frühjahr geht es dann mit neuen Folgen weiter. Ja, wir sind fast wie bei dem Schokosüßkram, diese Kirschen da so. Genau, die gehen ja auch in Winterpause und dann gehen wir frisch wieder neu, aber wir haben ja noch eine ganze Folge vor uns. Ja. Und heute wollen wir mal über Atari reden. Hagen, du erinnerst dich sicher noch an die Kurzmeldung mit dem Atari-Hauptquartier. Ja, ich erinnere mich dann noch lebhaft, dass eine der letzten Folgen Retro-Rückblick, ihr könnt gerne noch mal gucken, das Atari-Hauptquartier wurde, war erst ein Bürokomplex umgebaut worden und jetzt wird es platt gemacht. Genau, also in Australien das australische Hauptquartier und so mit Theater und viel Licht und so im Space Invader-Stil, jetzt wird es halt platt gemacht. Ja. Und anlässlich dessen habe ich mir überlegt, sag mal, was wird eigentlich aus Atari? Weil die Commodore-Geschichte, die kenne ich ja, da habe ich ja auch so eine kleine zehnteilige Reihe, kurze Geschichte des Amiga OS im Return Magazin geschrieben. Das war glaube ich Ausgabe 22 bis 31. An dieser Stelle begrüße ich die Kollegen vom Return Magazin. Genau, einen schönen Gruß. Return Magazin gibt es immer auch viel Neuigkeiten zum Thema Retro. Schaut mal vorbei im Zeitschriftenladen, Bahnhofsbuchhandel, einfach mal mitnehmen. Ja, Atari, was wurde eigentlich aus Atari? Fangen wir mal an mit, wie ging es eigentlich mit Atari los? Und Atari, weißt du, woher der Begriff Atari kommt? Nein. Das ist ein Spielzug, glaube ich, aus dem Go. Oder eine Figur aus dem japanischen Spiel Go. Ah, okay. Mit diesen Spielsteinchen. Ja, oder du stellst jemanden ins Atari. Ich weiß nicht genau, was das heißt, aber da kommt der Name her. Und Atari wurde gegründet am 27. Juni 1972, gut, dass ich meinen Spickzettel habe, von Nolan Bushnell und Ted Depney. Die haben nämlich Anfang der 70er angefangen, einen Spielautomaten zu bauen auf Basis eines Großrechnerspiels. Also die ersten Spiele, die ersten Computerspiele gab es ja auf Großrechnern. Und eines der allerersten Spiele, es war glaube ich nicht das ganz erste, das erste war Tennis for Two. Aber ich glaube so, das zweite Spiel war Space War. Ja, wo man, ja, muss mehr Raumschiff gegeneinander spielen und konnte die abschießen. Das war halt auf der Universität, auf dem Großrechner entwickelt, so als, weil wir es können. Aber haben halt nur die allerwenigsten, hatten Zugriff zu so einem Computerlabor. Und deswegen haben die beiden sich überlegt, sowas könnte man als Automat machen und dann vertreiben. Ja, allerdings war das Spiel viel zu kompliziert und die Leute haben es nicht verstanden und es war kein kommerzieller Erfolg. Ja. Also haben sie was Einfacheres gemacht. Pong. Ja, also Pong. Für die Leute, die noch nie von Pong gehört haben, Hagen, was ist Pong? Es ist die einfachste Version eigentlich von Tennis mit zwei Sticks, oder? Du fährst so hoch und runter, einer rechten, so einen rechten kleinen Balken und der andere den linken kleinen Balken. Es gibt einen Ball und du musst den einfach immer hin und her pongen, sozusagen. Genau. Und das basiert quasi auf Tennis for Two, also auf dem allerersten Computerspiel. Und da haben sie Automaten gemacht und haben die aufgestellt und sind damit, haben die großen Erfolg gehabt. Und dann gab es ja auch irgendwann Pong für zu Hause, als von Atari eine Pong-Konsole, die man anschließen konnte an den Fernseher und konnte zu Hause Pong spielen. Also ein weißes Quadrat als Ball und Schläger, zwei weiße Rechtecke. Und ich meine, wir hatten ja nichts. Das hat sich super verkauft und es gab aber auch dann viele... Das war halt, man muss dazu sagen, damals der neue heiße Scheiß. Ja. Also ich meine, heute denkst du, uah, das sind irgendwie zwei Rechtecke und ein Quadrat in der Mitte. Das ist dieser furchtbare Brei. Aber damals denkst du so, uah, das bewegt sich. Ja. Und es war nicht nur Atari hat das genutzt, sondern andere sind dann auf den Zug aufgesprungen, weil die Technik dahinter war jetzt nicht so komplex. Und haben dann ihre eigenen Tennis-Konsolen entwickelt. Und da gibt es eine riesen Reihe von Universum zum Beispiel. Gab es eine, habe ich noch eine, die ist aber kaputt. Also mein allererstes Computerspiel war tatsächlich Pong, also Tennis, aber nicht auf einer Atari-Konsole. Und hier haben wir jetzt noch einen Klon, heißt irgendwie Las Vegas Supercolor, ist aber auch eine Pong-Konsole, die man an den Fernseher anschließen kann. Wenn du das jetzt so hältst, sieht es aus wie es zu der Fernseher in der Hand. Genau, da ist nämlich so ein Fernseher abgebildet drauf. Ja. Ja, also das hat jedenfalls eingeschlagen wie eine Bombe. Und ja, ich nehme es jetzt hier nicht aus der Schachtel raus, aber ich kann nochmal, ich habe ja jetzt mal den Deckel abgemacht und dann könnt ihr mal sehen hier, also die, die uns sehen kann auf YouTube, so sah jetzt diese Konsole aus. Mit zwei Controllern und dem Spiel als, eine Konsole will ich nicht sagen, aber Datenträger nennen wir es mal, oder? Ja, das war halt fest eingebaut. Also das Telespiel, dann gab es halt verschiedene Varianten. Man konnte ja auch Fußball und, aber es war im Prinzip immer nur, bewegt sich halt irgendwie anders. Ja. Und ja, das wurde natürlich irgendwann, wurde das, war das etwas eintönig und sie haben in der Arcade dann auch andere Spiele rausgebracht. Ja, frühes Spiel Night Driver war, glaube ich, so eines, wenn nicht das allererste Autorennen, so auch mit so rudimentär 3D. Und 1975 kamen zwei bekannte Namen zu Atari. Und, also sie haben nicht so den riesen Impact auf Atari gehabt, aber auch was anderes später. Das war nämlich Steve Jobs und Steve Wozniak. Echt? Was ist denn? Wer waren die denn? Die kennen wir ja gar nicht. Irgendwas mit Obst. Genau. Genau, also sie haben 1975 für Atari gearbeitet und mit deren Mitwirkung ist zum Beispiel eine verbesserte Pong-Konsole entstanden, mit weniger Bauteilen und ein ganz bekanntes Spiel, zu dem wir eine persönliche Beziehung haben, Hagen, nämlich Breakout. Ah. Auch später unter dem Namen Arkanoid bekannt. Und ihr kennt ja sicher unseren Breakout-Klon Walls, den wir 1994 für den Amiga veröffentlicht haben als Public Domain. Ja, wir sind eigentlich wie Wozniak und Jobs. Genau. Wir sind eigentlich. Du siehst schon so aus. Du müsst jetzt nur noch überlegen, wer ist jetzt wer hier von uns beiden. Aber Hagen, ich glaube, du bist mehr, du hast mehr von Steve Jobs, glaube ich. Oh, wo, wo, jetzt verrennen wir uns? Die fehlen nur die Rollkragen-Kulore. Genau so. Genau. Also die sind ja dann relativ schnell, haben sie ihr eigenes Ding gemacht mit Apple Computer, 76 dann. Und 76 ist auch der Startschuss für die Entwicklung von einer Konsole, mit der man, wo mehr als ein Spiel drin ist, beziehungsweise wo man das Spiel wechseln konnte mit Steckmodulen. Codename Stella. Wir reden natürlich vom Atari VCS. Genau. Und zwar hier hält der Hagen jetzt gerade ins Bild die Holzmichel-Version, die ursprüngliche Version. Und genau, Hagen war, glaube ich, deine erste Videospiel-Plattform der Atari VCS. Nee, der da. Also der kommt gleich noch. Ich zeige da gerade dahinter. Lasst euch überraschen. Genau. Also es gab es noch in einer anderen Bauform, aber von der Technik die gleiche. Ja. Ja. Und da gab es eben, das Besondere war, da gab es ein Spezialchip und sowas, wurde entwickelt von J-Minor, Chip-Designer. Genau. Und das war ein Riesenerfolg für Atari, hat sich sehr, sehr oft verkauft. Ich glaube, also mindestens eine zweistellige Millionenzahl bis dann 1990 wurde die Produktion eingestellt. Ja, die Entwicklung von dem Gerät war allerdings sehr, sehr teuer. Und Atari ist dann das Geld ausgegangen. Sie haben es nicht geschafft, das fertig zu entwickeln und haben deswegen die Firma verkauft im Oktober 1976 an Warner Communications für 28 Millionen US-Dollar. Ah, haben sie aber trotzdem gut Duppes gemacht. Also kannst du nicht jammern da, ja. Also hatten halt nicht genügend Eigenkapital, aber deswegen zu Warner und dann haben sie da weitergearbeitet. Aber gut, der No Limper schnell ist dann irgendwann weg, weil wenn du nicht mehr Chef in deiner eigenen Firma bist, dann ist halt irgendwann, genau. Ja, war ein Riesenerfolg. 1979 haben sie dann angefangen, Heimcomputer zu veröffentlichen. Atari 400, 800, 800XL. Hagen, zeig doch mal die Atari. 800XL, das war mein Stichwort. Atari 800XL. Jawohl. Da haben wir auf unserem YouTube-Kanal auch schon allerlei Spiele und so davon gezeigt. Ja. Mit Spezialchips von J-Minor. Genau. Speziell für diesen Rechner entwickelte Chips. Und der J-Minor hat ja dann Atari verlassen. Ja. Ging zu einer Firma, hat da irgendwie Herzschrittmacher-Chips oder sowas gemacht. Ist ja naheliegend. Ja. Und kam dann zurück in die Videospielbranche 1983 in eine junge Firma Amiga, die nämlich einen neuen, erst wollte ich glaube ich einen Rechner werden, dann eine Spielekonsole und dann wieder einen Rechner. Ja. Und das Ganze war unter dem Codenamen Lorraine. Natürlich ging denen auch irgendwann das Geld aus und sie haben irgendwo geguckt, wo können sie an Geld kommen. Und dann hat J-Minor mal mit seiner alten Firma Atari gesprochen. Mhm. Und hat von denen einen Kredit bekommen oder hat einen Lizenz-Deal gemacht. Atari sollte nämlich im Gegenzug die Chips bekommen, also diese Spezialchips aus dem Lorraine, um damit eine 16-Bit-Reihe von dieser XL-Serie zu machen. Ah, okay. Also der 800XL ist ja ein 8-Bit-Rechner und es sollte dann eine Atari-Nummer, habe ich jetzt ich glaube 1050, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, XL geben mit 68.000er Prozessor und den Chips aus diesem Lorraine-System. Okay. Ja. Dann, und der Gedanke war, das sollte irgendwie so Mitte 84, war da so ein Datum, wo das passieren sollte. Ja. Im Juni 1984 außerdem haben sie eine neue Konsole veröffentlicht, nämlich den Atari 7800, abwärtskompatibel zum Atari VCS. Es gab vorher auch noch den 5200, es war aber mehr oder weniger ein Flop. Und den 7800, der wurde kurz veröffentlicht und dann war es auch schon rum für Atari, denn es sagte ja wie der Videogame Crash von 1983 was. Nee. Das Problem war, du konntest, jeder konnte ein Spielemodul für den Atari veröffentlichen und auch für andere Konsolen. Damals gab es noch nicht irgendwie, dass du das lizenzieren musstest, zumindest, also Atari wollte gerne, aber sie hatten keine Handhabe dafür. Ja, 81 zum Beispiel haben ehemalige Mitarbeiter von Atari die Firma verlassen und Activision gegründet und da sehr viele erfolgreiche Atari-Spiele auch veröffentlicht. Mhm. Und ja, das war halt relativ einfach, schnell Spiele rauszuhauen und das war Goldgräberstimmung und viele haben dann halt wirklich in kurzer Zeit Schrott-Spiele veröffentlicht, auf den Markt geschmissen. Es gab da auch noch nicht so eine Infrastruktur mit Spieletests und so und die Leute haben gelernt, Videospiele sind Schrott, weil die meisten waren halt Schrott, weil schnell billig auf den Markt geschmissen und die Erwartung, die Blase ist geplatzt und dann war 1983 irgendwann klar, okay Videospiele ist vorbei, kommt auch nicht mehr, ist jetzt rum. Und dann hast du natürlich als Firma, die so Konsole veröffentlicht, schlechte Karten, bei Atari ging es runter, Amiga wollte ja eigentlich auch eine Konsole veröffentlichen, Finanzierung ging runter und so und deswegen wurde Atari dann am 2. Juli 1984 verkauft von Warner nach einem operativen Verlust von 500 Millionen US-Dollar. Für wie viel haben sie gekauft? 28 Millionen. Für 28 gekauft und 500 miese gemacht. Au. Ja, so zwischendurch haben sie halt auch Gewinn gemacht, aber da war halt rum. Ja. Und zwar wurde es verkauft an Jack Trammell, der ehemalige Chef von Commodore, der dort geschasst worden war, sie haben ihn aus seiner eigenen Firma rausgeschmissen und er hat sich geschworen, Rache, ich mach Commodore platt und hat eine eigene Computerfirma gegründet, äh, äh, Trammell Computing oder so ähnlich und hat dann die Chance gewittert und hat Atari gekauft, um damit Commodore platt zu machen. Für wie viel hat er bezahlt noch? Weißt du was? Ich glaube einen Euro oder einen Dollar oder also jedenfalls nicht viel. Also sie, er hat ihnen das quasi, das Verlustgeschäft abgenommen und hat da, war guter Geschäftsmann und hat das für mindestens einen schmalen Taler irgendwie dort abgegriffen. Ja. Warner hat allerdings die Spielhallenautomatenproduktion behalten und da sind auch in den 80ern ein paar sehr bekannte Spiele bei Atari Games erschienen. Ich sag mal, Marble Madness, Gauntlet, Paperboy, ja. Ähm, und Trammell wollte natürlich auch diese Lorraine-Chips. Ja. Ähm, und wollte damit Commodore fertig machen, hat nur in seinem, äh, seine Maxime war ja Business is War, hat er versucht, die Amiga-Entwickler sowas von auszunehmen, dass die gesagt haben, klar, lass mir die hoch. Ne, und dann kam Commodore wie ein weißer Ritter und hat Amiga gekauft. Ja, die Entwickler hatten das Problem, die haben halt Hypotheken auf ihre Häuser aufgenommen und so weiter und das Geld, was Jack Trammell zahlen wollte, war halt lachhaft. Mhm. Und dann kam Commodore und die Entwickler haben quasi, konnten die Hypotheken ablösen und haben noch einen ordentlichen Schnitt gemacht und waren halt da sehr zufrieden. Und Commodore hat sich übernommen mit allein schon damit, also haben ein bisschen zu viel Geld dafür ausgeben, aber egal. Und der, äh, Rechner, der eigentlich ein Atari-Rechner werden sollte, erschien dann 1985 als der Commodore Amiga. Mhm. Ja, ein, und, äh, war natürlich für Amiga-Fans, äh, war das vielleicht das Bessere, ähm, denn bei Atari wäre das halt eingemeindet worden und, ähm, auch, die hätten halt auch nur die Chips verwendet. Mhm. Und hier ist es halt wirklich als eigene Plattform mit eigenem Betriebssystem und so weiter erschienen. Ähm, genau. So, jetzt nochmal kurz überlegen. Atari besteht jetzt aus zwei Firmen. Mhm. Nämlich Atari. Den Konsolen mit Warner, äh, den Automaten. Den Automaten mit Warner und den Ding vom Drammel. Genau. Und, äh, der war natürlich sauer, dass er die, äh, die Chips von Amiga nicht gekriegt hat, hat gesagt, da machen wir jetzt was Eigenes. Ja. Ähm, und hat in, äh, kürzester Zeit einen Rechner, äh, zusammen, äh, schustern lassen aus hauptsächlich Bauteilen von der Stange, also ohne eben ganz besondere Bauteile. Mhm. Hat den im Januar 85 auf der CES vorgestellt in, äh, in Las Vegas, die Consumer Electronics Show. Mhm. Das hat er übrigens immer so gemacht. Da wurde auch schon der C64 vorgestellt und, ähm, der VC20, der hat immer, zur Messe musste immer irgendwas fertig sein. Dann konnten die da bestellen und ein paar Monate später wurde es dann ausgeliefert und der Rechner, den Atari dann entwickelt hat, war natürlich der Atari ST. Mhm. Ähm, ähm, in, ich glaube, erst der 520, dann der 1040 mit eingebautem Diskettenlaufwerk, ähm, hat vom Design auch so einen leichten Touch, so. Ähm, leichten Touch von? Zum Amiga, so. Ja, ich sag mal so, der Amiga 500 hat einen leichten Touch von Atari ST, vielleicht so rum dann zu sehen. Ähm, genau, der Atari ST ist dann, ähm, ja, Mitte des Jahres erschienen, noch knapp vorm Amiga. Mhm. Und hat so ein bisschen Head Start gehabt und dann gab es halt immer so ein bisschen Rivalität dort. Mhm. Ähm, ähm, und, äh, außerdem neben dem Atari ST haben sie im 1986 den Atari 7800 rausgebracht. Mhm. Wieder. Also, wieder. Gleiche Hardware von vor zwei Jahren. Läuft gut. Ja, nur in der Zwischenzeit war halt... Next Generation Konsole. Genau, nur damals, nur inzwischen war halt schon das, äh, NES, das Nintendo Entertainment System erschienen, was halt viel besser war und auch bessere Software und so weiter und wurde halt dann auch nicht so erfolgreich. Mhm. Ja. So, dann, ähm, ja, dann sind bis 1993 verschiedene Atari ST-Modelle erschienen, äh, es gab dann, die haben dann noch tatsächlich doch noch so einen Custom-Chip eingebaut, den Blitter, ähm, der, ähm, Grafik beschleunigt hat. Dann gab's neuere Rechner, den Atari Falcon, äh, Mega ST und den Atari Falcon mit, äh, 68-030 Prozessor und so. Also, da hat's auch schon Weiterentwicklungen gegeben. Äh, und der Atari, der Atari ST war ja durchaus weit verbreitet, so in, äh, in Musikstudios, weil er Media eingebaut hat und da man zumindest in Schwarz-Weiß sehr hoch aufgelöst ihn benutzen konnte, flimmerfrei, wurde auch, äh, Desktop-Publishing und sowas durchaus da mitgemacht. Mhm. Ja, und bei Spielen allerdings wurde er halt dann relativ bald vom Amiga, äh, überholt, weil der einfach bessere, besser für Spiele geeignet war. Ja. So. Also, bis 1993 sind da neue Modelle erschienen, aber Marktanteil ging halt steil nach unten. Ich mein, Commodore hatte das gleiche Problem. Ich halte ihn zumindest noch einmal kurz in die Kamera, weil ich vorhin gesagt hab, wir zeigen ihn noch, aber da ist natürlich... Genau, der Atari VCS ist nochmal 86 neu aufgelegt worden, auch in einer neuen Bauform als Atari 2600, aber er ist halt, also dieselbe Technik von 1977, als das ursprüngliche erschienen ist. Ich bin halt alt. Ja. Ja. Reicht nur drauf rum. Ja, genau. Auf jeden Fall, nette kleine Konsole, war mein erster Touch zum Computer. Und, äh, dann 1993 wollte's Atari nochmal wissen und haben im November den Jaguar veröffentlicht. Das klingt gut. Jaguar. Das klingt gut. Ähm, also zwischendurch, äh, genau, zwischendurch kam von Atari noch eine Handheld-Konsole, das Lynx, ähm, mit Farbdisplay, war allerdings konnte dann gegen den Gameboy nicht bestehen, weil die Batterien haben wegen dem Farbdisplay nicht lange gehalten. Ja, das ist blöd. Ja, um es noch kniffliger zu machen, der Atari Lynx, also die Handheld-Konsole von Atari, wurde entwickelt von ehemaligen Amiga-Leuten. Und das Entwicklungssystem, also Spiele für den Atari Lynx, musstest du auf einem Amiga entwickeln. Ja. Das fand er vielleicht auch nicht so lustig, der Herr. Ich glaub, das war dem egal. Ja, an der Sekunde was verstanden wird, ja. Ja, also jedenfalls, das ist ungeheuer interessant, wie so zwischen Amiga und Atari, die Firmen, was die eigentlich alles miteinander zu tun haben. Ja, offensichtlich war der Markt der Wissenden einfach klein. Also du hattest einfach zu wenig Leute, die wirklich das Graf haben, was sie tun. Die Industrie war noch klein, ja. So, und, ähm, ja, der Jaguar, 93 ist der erschienen, aber es war dann kein großer Erfolg mehr. Also sie hatten, die Hardware war kompliziert zu bedienen, also nicht, also kompliziert zu programmieren. Die eigentlichen, also der hatte einen 68.000er Prozessor für so Nebentätigkeiten als Co-Prozessor und hatte einen, war das schon ein Risk-Prozessor? Jedenfalls einen, äh, einen anderen Prozessor, der eigentlich mehr konnte, aber der war halt irre kompliziert zu programmieren. Also sind viele Spiele auf dem 68.000er, was die Leute ja alle konnten. Dadurch konnte der natürlich nie zeigen, was er eigentlich kann. Und dann kam ja auch schon, äh, Sony mit der Playstation und dann war eh vorbei. Vorbei dann, ja. Vorbei, und, ähm, dann war es auch mit Atari relativ bald vorbei. Auch vorbei, mhm. Ähm, genau. Gucken wir mal kurz mal zu Atari Games wieder. Also die andere, das andere Atari. 1994 sind Atari Games und Tengen von der Mutterfirma, die inzwischen Time Warner hieß. Ja, was ist denn Tengen, wenn ich das fragen darf? Tengen war auch so ein, ähm, die haben auch, äh, Arcade-Spiele und sowas gemacht. Also zwei Arcade-Firmen haben sie gesagt, wofür Waffen brauchen wir zwei. Wir machen da eine draus und hieß dann Time Warner Interactive. Dann war das Atari Games tot. Ja. So, das andere Atari hat aber auch nicht viel länger überlebt. 30. Juli 1996 wurde es fusioniert mit dem Festplattenhersteller JTS. Und, äh, das war das faktische Aus für Atari. Es waren eben auch, der Jaguar war ein Flop, neue Atari ST-Rechner sind nicht mehr erschienen. Ähm, 80% der Belegschaft wurden damals entlassen. Und Ziel von JTS war wohl ausschließlich an die Geldreserven Atari zu gelangen. Die Technik hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ah, okay. So, zurück zu, also wir springen ja immer ein bisschen hin und her, zurück zu Atari Games. Ja. 1996 verkauft Time Warner das Unternehmen an WMS Industries, die es in Atari Games umbenennen. Damit sie wenigstens die Markenrechte wieder haben. Also das Time Warner Interactive wurde dann wieder in Atari Games umbenannt. Aber nun bis 1998 dort wurde es nämlich in Midway Games umbenannt. Wow, wahnsinnig. Midway ist auch so ein Arcade-Automatenhersteller. Ja, dann JTS war mit dem anderen Atari fusioniert. Hat dann aber am 23. Februar 1998, also nur zwei Jahre später, die ganzen Atari-Rechte an Hasbro verkauft. Hasbro Interactive. Haben sie Geld gemacht. Und am 29. Januar 1999 wurde JTS liquidiert. Aha, die haben versucht, egal wie noch Geld zu kriegen. Irgendwie noch Geld zu kriegen, ja. Ja. Hasbro hatte dann also den Atari-Namen. Hat aber nichts damit gemacht, bis dann im Januar 2001 Infogrames für 100 Millionen die Computerspielsparte von Hasbro übernommen hat. Wow. Inklusive Atari, Interactive und Microprose. Ja, nice. Ja. Und ab November 2001 hat Infogrames dann angefangen, den Atari-Markennamen zu nutzen bei Spielen. Und wir haben da einen kleinen Stapel von Spielen, die unter dem Atari-Logo erschienen sind. Also zum Beispiel Enter the Matrix, das Spiel zum Film Die Matrix, ist unter Atari-Brand erschienen. Oder auch Ghostbusters, The Video Game, erschienen unter dem Atari-Logo. Dann habe ich hier noch Unreal 2, 3D-Shooter. Oder die Neuauflage von Test Drive, was wir ja auch aus dem Home-Computer-Zeitalter kennen. Noch jede Menge andere, aber das sind nur nochmal so ein paar der Bekannteren, die dann unter dem Namen Atari erschienen sind, aber eigentlich von Infogrames. Die halt dann als Infogrames nicht mehr aufgetreten sind, sondern unter Atari, weil das der bekanntere Name war. Wobei ich Infogrames trotzdem, also mit diesem, was ist das, Gürteltier oder so, ist das schon ein Begriff. Also für die Kenner ist es kultig. Kenner-Kultig. So, Hagen, bist du da noch mit? Ich bin bei dir. Also wir hatten Hasbro dabei, JTS hatten wir dabei, Time Warner hatten wir dabei, Atari natürlich. Dann hatten wir mal diesen Tamriel, wie hieß er? Tremel. Tremel, der da dabei war, aber ja dann auch nicht mehr irgendwie so. Was ist denn dann mit Infogrames passiert? Sind die dann auch irgendwann übergegangen in irgendwen anders, oder? Erstmal gibt es ja noch Atari-Games. Also die WMS Industries, die haben wir von Time Warner, haben das gekauft und sind dann Atari-Games umbenannt und haben weiter Arcades gemacht. Ja. Bis 2001, da ist nämlich Atari-Games aus dem Arcade-Geschäft ausgestiegen, hat sich nicht mehr rentiert, Arcades waren halt nicht mehr so. Ja. Und 2003 wurde es liquidiert und die Rechte von Atari-Games gingen an Warner Brothers. Überraschend. Wieder einmal Full Circle. Ja. So, Infogrames Atari, um jetzt wieder an der Stelle weiterzumachen. Ähm, denen ging es auch nicht so gut. 2009 haben sie angefangen mit Umstrukturierungen, haben sich aus Europa zurückgezogen, auf den amerikanischen Markt konzentriert und haben dann am 21. Januar 2013 Insolvenz angemeldet. Und Infogrames? Also Atari Incorporated, die US-Sparte, haben Insolvenz angemeldet. Der amerikanische Markt ist ja nicht wichtig für Computer-Games. Ja, ja, ja. Sind wir mal ehrlich. Aber sie konnten mithilfe eines Insolvenzplans, konnten sie überleben. Ah, okay. Also, die gibt es noch. Ah, okay. Und 2017 haben sie dann neue Hardware angekündigt. Ach. Nämlich eine neue Atari VCS-Konsole. Ach so, also den Nachfolger von? Den Nachfolger vom Holzmichel. Genau. Wurde angekündigt und Mai 2018 gab es dann auch eine Crowdfunding-Kampagne dafür. Ah, okay. Und 2,6 Millionen Euro haben sie über Crowdfunding eingenommen, um das zu entwickeln. Nice. So, der Atari VCS halt so ein bisschen spielt stilistisch so ein bisschen mit dem Style von dem Holzmichel, also von dem ursprünglichen Atari VCS. Und ja, es hat dann ein bisschen gedauert, bis der dann mal fertig wurde. Und 11. Dezember 2020, also letztes Jahr war es dann soweit, die Auslieferung hat so ein bisschen begonnen. Okay. Und so richtig ausgeliefert wurde es dann, wenn ich es richtig gesehen habe, im Frühling 2021. Okay. Hagen, du hast ja schon viel von diesem neuen Atari VCS gehört. Dauernd. Wie erfolgreich war das? Dauernd. Der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Hat erst mal hier die ganzen Konsolen einfach weggeballert. Ja. Ja, oder auch nicht, weil man hört nichts davon. Also es gibt es, aber würde ich mal sagen, Nische, Nische in der Nische. Da hat auch der Name Atari VCS nicht so viel genutzt. Ja. Also sieht ganz stylisch aus. Es ist aber eigentlich ein PC. Also es ist ein PC-Konsolen-Hybrid mit 8 Gigabyte. Okay. Aber es ist eigentlich ein PC in einem Konsolen-Kehäuse, so ungefähr. Aber es ist zumindest kein Pi. Es ist kein Raspberry Pi. Es ist ein PC. Genau, die Basis-Variante kostet 300 Dollar. Ist ja auch schnäppig. Und wenn du noch Controller haben willst, sind wir bei 400. Also komm dann. Da gibt es einmal so einen Controller, den man so in die Hand nimmt und es gibt auch eine Nachbildung quasi des Original-Atari-Joysticks. Und mit den beiden zusammen, dann sind wir bei 400. Software gibt es halt nicht so viel, aber immerhin. Wenn der sich erst mal verkauft wie geschnitten Brot kommt, ist die Software automatisch. So ungefähr, ja. Ja, bei Jack Trammell hat er es ja so gemacht, er hat Software nicht verstanden. Der hat Computer verkauft wie Taschenrechner. Und dass man auch sich um Software kümmern muss, das war für den schon. Und in der Tradition ist jetzt... Also die haben halt kein Geld. Also normalerweise Einführung in der neuen Konsolengeneration, da haust du erst mal ein paar Milliarden in die Spieleentwicklung und in Marketing und dann fluppt das. Wobei ich schon, wie viel hast du gesagt? 2,6 Mio für die Konsole. Auch schon, also dafür, dass da ein PC drin ist, wo du halt ein Betriebssystem so doktern musst, dass es halt nur deins ist. Ja. Ist es jetzt nicht so riesen... Ja, ich glaube, ich würde mal drauf tippen, dass es... Ich habe nicht so die Infos genau gefunden. Wer was genaueres hat, kann gerne, wenn ihr YouTube schaut, gerne einen Kommentar schreiben. Oder ansonsten freuen wir uns da auch über Infos in unserem Discord. Sagen wir am Ende der Sendung nochmal was dazu. Ja, aber jedenfalls... Jetzt vor kurzem gab es aber wieder neue Entwicklungen. Also im Frühjahr ist ja die Konsole erschienen. Ja. Und es gibt seit April 2021 einen neuen CEO. Der Wade Rosen. Und der hat angekündigt, das Geschäft von Atari, was sich nämlich so ein bisschen auseinandergeflattert hatte, wieder zu konzentrieren. Sie hatten nämlich versucht, so mit Mobile Games und Free-to-Play... Was eigentlich auch ein Gelddruckmarkt sein kann. Ja, es ist nur halt sehr stark umkämpft. Ja. Und dann haben sie gesagt, wir ziehen uns da jetzt draus zurück und wir wollen Premium-PC- und Konsolenspiele herstellen. Ist mal eine Ansage. Triple-A-Games. Aha. Ja, und er sagte, der Markt... Also den Grund, warum sie sich da jetzt fokussieren, der Markt wusste nicht mehr, was wir eigentlich genau machen. Ja. Also zum Beispiel... Und deswegen wollen sie sich auf Spiele fokussieren. Das ist das, wo Atari herkommt. Die Fernsehproduktionen haben sie eingestellt. Die haben Fernsehproduktionen gemacht. Und haben auch Casinos betrieben. So Online-Casinos und sowas. Das haben sie auch eingestellt. Aber Casinos betreiben, das ist ja eigentlich Gelddrucken. Ja, aber es hat halt wohl auch nicht so... Es wollte halt keiner bei Atari Casino-Spiele spielen. Aber was es weiterhin gibt, ist TV-Lizenzen. Und eine Atari-Kryptowährung ist in Entwicklung. Sie haben so eine Blockchain-Abteilung und mit NFTs. Weißt du, was NFTs sind? Wurde schon Blockchain, sagt es dann. Ich ahne schon Böses. Nein, ich weiß nicht, was NFTs sind. NFTs ist so der neue heiße Scheiß. Das ist aktuell Non-Fungible-Tokens, glaube ich. Das ist eine zertifizierte, digitale Bestätigung, dass dir etwas gehört. Also du kaufst nicht das Kunstwerk. Sondern nur den USB-Stick, wo draufsteht, ich besitze das Kunstwerk. Ja, beziehungsweise du hast eine Bilddatei. Eine JPEG-Datei. Mit einem Bild. Aber nur du hast das Token, was beweist, dass sie dir gehört. Also jeder kann die Datei haben, aber du hast den Nachweis als Token, dass dir das Ding gehört. Also so, ich glaube, über NFTs müssen wir irgendwann nochmal separat reden. Ja, wollte ich schon sagen. Aber sowas machen... Also es ist nicht nur Atari, das ist irgendwie so der heiße Scheiß gerade so auf dem Markt. Ja, dafür bin ich zu alt. Das muss man... Da bin ich zu alt oder nicht doof genug. Ich habe es auch nicht verstanden bislang. Ja, also jedenfalls, das machen die weiter und natürlich gibt es weiter die Atari Hotels. Ja, ist ja klar. Logisch, wenn du ein Casino hast und Spieleentwickler sein willst, dann hast du natürlich auch Hotels. Ja, ist klar. Ja, und die Hotels, aber haben sie gesagt, das machen sie weiter, weil das ist nicht einfach nur Hotels mit Atari-Logos, sondern, ich zitiere, das ist etwas Besonderes, was zu Atari passt, wollen sie da machen. Wie das mit, keine Ahnung, was so mit Konsole... Sie kommen von Softwareentwicklung und AAA-Games, erstens. Da kommen sie her, sagen sie, und Hotels passen zu uns. Ja. Wie heißt der Bursche? Äh, der heißt Wade Rosen. Wade. Ja. 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 The Wade. Ja, es gibt ja auch irgendwie Nintendo-Freizeitparks und sowas. Ja, ist ja klar, das passt ja auch zu Nintendo. Ja. Aber andererseits muss man sagen, bei uns gibt es einen Klemmbaustein-Hersteller-Freizeitpark. Ja, auch nicht schlecht. Ja, geht auch. Also. Ja. Also jedenfalls, ich habe noch mal gesagt, für das Atari VCS, was jetzt erschien, ist das Neue, was sind die vier Säulen? Ja. Indie-Games, Streaming-Services wie Stadia oder Xbox Game Pass. Ja, ist klar. Retro-Games. Ja. Und Kreativ-Werkzeuge, mit denen man seine eigenen Spiele erstellen kann. Und das sind jetzt die vier Säulen. Genau. Und wo sind die Triple-A-Games, von denen er vorher geredet hat? Die Premium-Spiele. Achso, das ist da. Das ist da mit drin. Bei Streaming-Services und Indie-Games und so. Indie-Games sind Premium-Spiele. Ja, es ist nämlich, ein Premium-Spiel ist jetzt schon erschienen, 29. September. Wir nähern uns mit einem Riesenschritt in der Gegenwart. Centipede Recharged. Also Centipede ist ja von 1980 Arcade. Du kannst das Spielprinzip erklären? Es ist eigentlich das gleiche Spielprinzip wie damals. Du hast so einen kleinen, ich nenne es mal Ball, also es soll vermutlich ein Raumschiff sein. Du hast einen kleinen Ball und der kann nach oben schießen und oben fliegt was rum, du musst es abschießen. Genau, du hast halt den Tausendfüßler, den Centipede, der da so runterkommt und dann wachsen Pilze und du musst abballern. Du ballerst aber irgendwas, was da oben ist und du bist da unten und das macht... Also die neue Version hat halt mehr Partikeleffekte und höher aufgelöst und treibender Soundtrack. Ich habe schon mal den Trailer gesehen, das sieht echt peppig aus, ist echt cool. Also da muss ich zugeben, war für mich eine Überraschung, dass das von Atari ist. Also ist ganz nett, aber Premium-Games, ne, ich weiß nicht. Ja, ich sage ja Triple-A-Game und dann sagst du am Ende, die vier Säulen sind also Indie-Games, Streaming-Services und Retro-Games. Und Hotels. Ne, was war das? Selber entwickeln. Das mit den Hotels, das hatte ich jetzt geschockt. Das passt zu unserem Portfolio, sagt der Bursche. The Wade Rosen. Ja, und es sind weitere Games angekündigt, Neuauflagen von alten Games. Black Widow, Asteroids und Breakout. Ah. Da sind wir wieder bei, Breakout kommt dann wieder. Ja, also das macht Atari jetzt gerade. Sie machen NFTs, Kryptowährung, Hotels und so eine Konsole mit Indie-Games und Retro- und Streaming. Läuft. Faszinierend. Ja, bloß, Gelddruckmaschinen, das siehst du schon. Genau, und Lizenzgeschäft gibt es natürlich auch. Hagen, halt doch mal das, was dort links liegt. Ja, ich halte. Natürlich versuchen die da noch Geld rauszuziehen und dann gibt es so lustige Sachen. Wir haben hier einen Fußabtreter mit Asteroids. Fußabtreter, die sind so geil. Die Atari, den Atari Fußabtreter. Ja, also aber das ist ja auch ein offizielles Lizenzprodukt. Ja, ja, das hat da unten das Logo. Ist auch wertig und so, ja. Ich finde es immer noch peppig, ja. Genau. Ja. Ja, also bei Atari, Commodore ist ja, also es arbeiten ja Leute an einer Wiederauferstehung von Commodore-Sachen irgendwie. Aber ich sag mal, Atari ist zumindest durch verschiedene Hände gegangen und nie ganz gestorben. Es wurde so häufig liquidiert und wieder neu. Aber es hatte eine gewisse Art von Kontinuität. Genau. Und jetzt eben von Atari auch wieder neue Konsole und neue Games und Hotels und sowas. So und jetzt haben wir ja ganz viel über Atari und Arcade und diese klassischen Spiele, die es auch in Neuauflagen jetzt auf der VCS-Konsole geben soll. Was ist denn so dein Lieblings-Atari-Spiel von damals? Also eins, wo ich mich sehr gerne fahre, ist Pitfall. Da habe ich gerne, das war so mit Lianen und Hüpfen und Krokodilen und so. Und noch eins war, was ich auch sehr mochte, war Stampede, da haben wir so kleine Pferde und so Reitendings. Also so kleine, nette Spielchen so. Fand ich echt gut. Ich habe ja damals, ich bin ja etwas später eingestiegen, beziehungsweise auf dem C64, aber es gibt natürlich einige Klassiker, die, was ich so, Frogger habe ich, ist ja ein Atari-Spiel. Das habe ich allerdings, oder gab es auf jeden Fall auch für Atari. Ich habe es auf dem PC tatsächlich das erste Mal gespielt. Genau, ich habe hier das Modul von Donkey Kong, das ja auch auf dem Atari veröffentlicht wurde. Und das habe ich auf dem C64 das erste Mal gespielt. Asteroids war sogar hier in dem Atari 7800, wir hatten schon zweimal von gesprochen, eingebaut. Und natürlich Breakout, ein absoluter Klassiker, der sehr tiefen Eindruck auf uns hinterlassen hat, sodass wir unsere eigene Version davon ja veröffentlicht haben. Und wie gesagt, ein paar dieser Spiele sollen jetzt für die neue VCS-Konsole neu erscheinen. Ja, aber natürlich, wenn ihr solche Spiele mal kurz spielen wollt und wollt jetzt nicht für 400 Dollar euch eine VCS-Konsole holen. Aber nur, wenn ihr die Controller wollt. Genau, ohne Controller günstiger oder wollt nicht die alte Kiste rausholen, dann kann man zumindest so in dem Stil auch online sowas spielen. Nämlich bei unserem Sponsor für die heutige Folge SpielenXXL. Und da gibt es Arcade-Style-Games, die man im Browser spielen kann, zum Beispiel, also nicht die Originale, aber so in dem Stil, Donkey Kong-Klon gibt es da. Sproger-Klon. Genau, Space Invaders, Breakout, also beziehungsweise Arkanoid. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, nachdem wir so viel über Atari gesprochen haben, so Atari-Style-Games zu spielen, schaut doch mal vorbei bei SpielenXXL.de und wir sagen vielen Dank für die Unterstützung. Und jetzt die Kurzmeldungen. Staubsauger-Roboter von Commodore. Vor kurzem sind unter dem Namen Commodore CVR drei Staubsauger-Roboter erschienen. Das Wichtige dabei ist, die sind mit Wisch-Funktion, Antifallsensoren, besonderer Saugkraft, No-Go-Zonen, Alexa-fähig, also das sind schon nicht ganz so schlechte Geräte, sind auch so im Preis von 259, also 259 bis 399 Euro, sind drei Modelle, die da wohl rausgekommen sind, haben auch so Laser-Navigation und sonstiges, also wirklich schon Premium. Und das Wichtige dabei ist, es ist nicht genau das Commodore Logo und es ist auch, sagen wir mal, es schreit nicht so nach Commodore 64 vom Style her, ich sag's mal so rum, aber es ist natürlich mit dem Markennamen Commodore verbunden. Genau, und es wurde auch berichtet darüber, der Computerhersteller aus den 80ern veröffentlicht, jetzt Staubsauger-Roboter. Und das war vermutlich auch der Gedanke dabei. Ja. Das Logo ist angelehnt an das Original, aber es ist doch deutlich anders. Ich habe versucht herauszufinden, wer steckt denn hinter diesen Staubsauger-, Commodore Staubsauger-Roboter. Ich meine, wir hatten schon den, also Commodore unter Jack Trammell hat ja auch Möbel hergestellt, Büromöbel. Und später gab es, Mitte der 90ern gab es dann auch Commodore Papier-Schredder und Commodore-Telefone oder sowas, aber Staubsauger-Roboter ist jetzt neu. Und ich habe mich gefragt, hat das vielleicht was zu tun mit diesen Commodore-Smartphones, die mal erschienen sind, Mitte so 2015, 2016? Also, es ist alles etwas undurchsichtig. Also, erstmal, der Name Commodore steht bei, gehört im Moment der Palobe Holding seit 2014. Polabe. Polabe, Entschuldigung, Polabe Holding. Und da hat auch zum Beispiel der Jens Schönfeld von Individual Computers den Namen lizenziert für seine Retro-Produkte. Diese Telefone, das waren Italiener, die einfach mal den Namen Commodore angemeldet haben, haben die einfach mal rausgebracht. Und da gab es auch Ärger mit dem Lizenzinhaber. Und diese Staubsauger-Roboter jetzt kommen von, also, wenn man auf die Webseite geht, im Impressum, steht dort die KSR Group GmbH aus Österreich. Und die sind eigentlich mehr so, Hauptgeschäft ist Zweirad-Importeur und Hersteller. Und die expandieren jetzt in irgendwie alles Mögliche. Also, ich vermute, da hat auch jemand gesagt, Haushaltsgeräte, da ist doch bestimmt der Name Commodore nicht geschützt. Also, melden wir den mal an, Commodore, und machen halt ein Logo, was Kenner erkennen, dass es so ähnlich ist, aber anders genug, dass man ihnen nichts kann. Inspired by. Ja. Ja, genau. Deswegen, aber es hat natürlich sofort funktioniert, weil es wurde darüber berichtet unter, vom C64-Hersteller kommen jetzt Staubsauger-Roboter. Also, faszinierend, ob die was taugen, keine Ahnung, aber Hagen sagte es schon, die Leistungsdaten, so schlecht sieht es jetzt nicht aus. Also, boah, lassen wir mal, also, wenn ihr so einen Roboter habt, dann sagt mal Bescheid, ob der was taugt. Genau, ansonsten, Staubsauger-Roboter, du hast ja Staubsauger-Roboter, das ist ja hier so ein Traumor. Also, wir haben auch keinen, aber... Ja, gut, aber nee, wir sind ein Sechs-Personen-Haushalt, ohne mehrere von den Dingern komme ich überhaupt nicht mehr zurecht. Ich gebe das ehrlich zu, sonst saugst du nämlich jeden Tag da, hunderte von... Ich habe ja so eine lange Mähne, ja, meine Mädels ja nicht so, aber... Die ganzen Haare vom Hagen, genau. Ja, ja. Ja, also, aber, also, wenn schon Staubsauger-Roboter für den Retro-Fan, vielleicht von Commodore, ja, keine Ahnung. Sieht aber nicht nach Pixelbrei aus. Ja, es ist... Sieht schon mehr rund aus. Wir hatten es ja von... Also, Commodore kommt jetzt wieder halt mit Robotern, mit Staubsauger-Robotern und wir hatten es ja jetzt die ganze Zeit von Atari. Atari und Commodore, ja immer so ein bisschen so ein Hin und Her. Ja, deswegen was Interessantes, das C64-Betriebssystem wurde jetzt auf den Atari portiert, also auf die Atari 8-Bit-Home-Computer-Reihe. Da ist jemand hingegangen und hat den Betriebssystem-Kern, den C64-Curve, rüberportiert. Es ist der gleiche Prozessor, der da drin ist. Und die Speichermap ist auch sehr ähnlich, also die Aufteilung des Speichers und hat das so angepasst, dass es auf dem Atari läuft. Aber natürlich fehlen der Grafikchip und der Soundchip, das heißt, du kannst nicht einfach C64-Software laufen lassen. Aber die Tastatur funktioniert, der C64-Grafiksatz, also diese Petsky-Grafik funktioniert und du kannst in Basic programmieren und kannst C64-Basic-Programme laufen lassen. Wie lustig. Ja, also ist schon mal ganz nett. Problem ist, man kann nicht laden und speichern, weil kein Zugriff zu irgendwie Diskette oder sowas unterstützt wird. Es ist aber trotzdem witzig. Es ist witzig und warum macht man sowas? Weil man es kann. Genau. Ja. So, Space Quest, der Film ist jetzt herausgekommen. Es ist ein 33-minütiger Film und zwar geht der über Space Quest, das Spiel, allerdings ohne, wie man das bekannt, wie ihr das ja auch kennt, mit den Textboxen, sondern jetzt mit Sprachausgabe, kann man eigentlich sagen, in dem Film. Und man hat sozusagen das Spiel hinterher nochmal nachvollzogen, nenne ich es mal so rum, in der ursprünglichen Grafik, also auch Retro-Style. Also wirklich von, ich glaube, 87 war es, Best Quest 1, also genau die Grafik von dem ursprünglichen Spiel und daraus einen Film gemacht. Ja. Mit, ich lese jetzt kurz ab, mit neuen Dialogen, orchestraler Musik und fetten Soundeffekten. Ja. Und mit Gaststimmen, jetzt muss ich mir, von Sierra Vateran, Josh Mendel, Barry T. Smith und Ken Williams. The Ken Williams. Genau, hat er auch eine Rolle gesprochen. Ja. Ja, und ansonsten, es ist nicht einfach nur, man hat, es ist nicht einfach ein Let's Play, sondern sie haben, sie sind auch ran gesoomt und Kameraschwenks und so weiter und haben quasi die Geschichte, die dahinter steht, erzählt und eben zusätzlichen Dialog geschrieben, der halt im Originalspiel nicht drin ist. Und so ein ganz klein bisschen ist es aber auch, wenn man das Spiel nicht gespielt hat, kann man da ein bisschen Inspiration bekommen, was man denn wohl tun muss, um das Spiel zu spielen. Es ist natürlich, du hast nicht diese Parser-Eingaben und so, aber, und es ist auch vom Space Quest Historian, die auch durchaus offiziell mit Ken, so offiziell, inoffiziell mit Ken Williams verbandelt sind, von denen ist es veröffentlicht. Von denen ist es veröffentlicht worden und eine nette Idee für Space Quest-Fans. Dann die 6502 CPU ist jetzt neu erschienen mit 100 MHz. Die 6502 ist ja der bekannteste, also einer der bekanntesten 8-Bit-Prozessoren neben der Z80 CPU. Die 6502 war zum Beispiel im Apple II drin. Und aus dieser Reihe, also ganz eng damit verwandt, ist die 6510, die im C64 drin ist. Die hat noch so ein paar IO-Sachen und sowas, glaube ich, noch zusätzlich. Und diese CPU ist jetzt in FPGA nachgebildet worden als Drop-In-Replacement, also so eine kleine Platine, die genau in den Prozessor-Sockel reinpasst. Ah, okay. Und läuft eben mit 100 MHz. 64 Kilo bei RAM, das ist das Maximum, was der adressieren kann, sind on board und laufen deswegen in der Geschwindigkeit, also in der vollen 100 MHz Geschwindigkeit. Okay. Und wenn du das reinsteckst in so einen Rechner, dann wird der komplette RAM- und ROM-Inhalt beim Buchfahren in diesen schnellen Speicher reinkopiert, sodass das eben dann auch da richtig flott läuft. Zeitkritischer Code wird allerdings in Originalgeschwindigkeit ausgeführt, also gerade wenn es so um eine Ausgabe geht, damit eben nicht der Rest des Systems stolpert und das mit dem Timing funktioniert. Ja, was bringt das? Ich habe keine Ahnung. Weil wir es können. Aber faszinierend. Ja. So, und weil wir es können, ist auch, und das ist unsere letzte Meldung für heute, ein neues Amiga-Fan-Szene erschienen. Ah. Es gibt ja seit vielen, vielen Jahren, seit über 20 Jahren die Amiga-Future. Ja, grüßen wir auch an dieser Stelle. Einen schönen Gruß an Andreas und Tim. Und im Return-Magazin, wir hatten es ja vorhin, wird ja auch immer wieder über Amiga berichtet, unter anderem auch von mir, also nicht nur, aber auch von mir. Und es gab ja auch den Amiga-Joker, es ist ja jetzt wieder zwei Ausgaben, eine 2017 und eine 2019 erschienen. Wir warten noch auf die nächste Ausgabe. 2019 habe ich da ja übrigens auch mitgeschrieben beim Amiga-Joker. Und jetzt gibt es neue Amiga-Deutsche, Amiga-Publikationen im Ausland sind einige neue, auch jetzt erschienen, Amiga Addict zum Beispiel, ganz neue in den USA oder englischsprachige. Und jetzt eines neues Deutsches, aus einer deutschen Facebook-Gruppe stammt das Ganze, nämlich aus der Amiga Germany Facebook-Gruppe gibt es jetzt Amiga Germany, das Fan-Szene, das Magazin. A5-Format, vollfarbig, sind insgesamt 36 Seiten, die Erstausgabe. Und kann man bestellen für, ich glaube, so um die drei Euro oder sowas hat es gekostet. Link kommt in der Sendungsbeschreibung dazu. Ja, Hagen, schau doch mal rein. Also ich finde, es fängt ja schon mal sehr ansprechend an. Oder hier mit, ich gucke, also Apidia als, oder wie, ich sage immer Apidia, aber du sagst Apidia. Apidia. Ja, ich sage Apidia. Ja, ich habe auch Apidia früher gesagt. Es gibt halt A-P-I, also müsste es Apidia sein. Das ist Apidia. Ja, genau. Und mit Dune hier, auch ein sehr schönes Spiel, das gefällt dir auch. Ja, genau, Dune haben wir auch schon mal ein-, zweimal gespielt. Ein-, zweimal, genau. Auch haptisch sehr schön, also muss man, ist wirklich wertig, gefällt mir gut. So, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Hier, Inhalt. Replay Apidia, replay Dogs of War, replay Firepower. Ach, ich mag das schon. Replay Dune, Demoszene, die anfängt. Guck mal hier, ein Trick durch Virtual Dimension ist das ja hier fast. Das ist ja richtig geil. Interview mit Pit Rock. Das ist, genau, das ist der von Amiga Germany, der da die Idee dazu hatte. Ah, cool. Erzählt ein bisschen. Und dann VA500 Mini. Haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen. Ja, saugut. So ein Preview dazu und dann Vorschau auf die nächste Ausgabe. Ja, also es ist einfach so Spaß, Remliszenz an alte Zeiten mit schönen großen Screenshots. Das Layout ist, glaube ich, ganz okay. Sprechen, finde ich auch hier so. Also, eben sagst du ja aus, nur Bilder, also hier ist es komplett voll. Also, haben auch wirklich sich da ziemlich viel Mühe gegeben. So ist es nicht. Ja. Ich will jetzt nicht nur die Bilder hochhalten. Jeder denkt, die Bilder kann ich mir im Internet angucken. Ja. Also, es ist auf jeden Fall nett gemacht. Es hat jetzt wenig News und es ist natürlich vom Umfang her überschaubar. Aber es ist ganz peppig und wenn ihr da, wenn ihr Spaß dran habt, so ein bisschen was nochmal in Erinnerung zu schwelgen, dann guckt es. Liest du es gut? Hast du schon mal... Ich habe es noch nicht so intensiv studiert, aber ich sage mal, für den Preis kann man auch erstmal nichts verkehrt machen. Und ich glaube, guck mal, ganz hinten steht, wann die zweite Ausgabe erscheinen soll. Januar 2022. Genau, Januar 2022 soll dann die zweite Ausgabe erscheinen. Und... Jetzt, ich lese nochmal kurz das Preview sozusagen vor. Pinball Action mit hier Pinball Dreams, Fantasies und Illusions. Auch, sagen wir mal, ihr die Zielgruppe sagt, hier da, wie spricht man da? In Via? Genau, da gibt es tatsächlich einen Bericht über ein neues Spiel, nämlich den Shooter In Via. Auch demnächst hier bei Virtually Mentionen, stellen wir das auch nochmal vor. Und es gibt Interview mit Leuten von Kaiko, die Apidia gemacht haben, Frank Matzke zum Beispiel. Ja. Cool. Und weiteren coolen Themen, die jetzt noch nicht angekündigt sind. Also, wer Spaß dran hat, auch etwas in der Hand zu haben und zu blättern und da in Erinnerungen zu schwelgen, schaut es euch mal an. Link findet ihr in der Sendungsbeschreibung. So, und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angekommen und auch damit am Ende der ersten Staffel des Retro-Rückblick. Die erste Staffel? Genau. Ja. Wir machen allerdings ohne Cliffhanger. Ja, diesmal kein Mörderböser Cliffhanger. Diesmal kein Mörderböser Cliffhanger, ja. Wir hoffen, es hat euch auch dieses Mal gefallen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns gerne, entweder wenn ihr das bei YouTube schaut, als YouTube-Kommentar oder ansonsten, wenn ihr das bei einem der diversen Podcast-Dienste hört. Wir sind ja, Hagen, bei welchen Podcast-Diensten sind wir so? Ich, jedes Mal, der fragt mich jedes Mal so ein Gras. Es funktioniert aber auch immer wieder. Ich war so glücklich gerade. Also, das mit dem Obst zum Beispiel. Genau, wir sind bei Apple dabei, wir sind bei Spotify, sind wir dabei, klar. Wir sind, also wichtig ist, Amazon Alexa kannst du uns hören. Diese und auch natürlich per Podcatcher einfach so. Genau, und falls ihr uns als wirklich nur hört, dann freuen wir uns über Feedback entweder an info-at-virtual-demenschen.de per E-Mail oder auf unserem Discord-Server gibt es den Kanal Feedback. Schaut da gerne mal vorbei unter discord.virtual-demenschen.de So, ich bin schon ganz gespannt, was in den nächsten Wochen dann passiert und was wir im Frühjahr dann wieder für neue Themen oder Hintergründiges für euch haben. Und bis dahin kommt gut durch den Winter. Wir sind ja weiterhin mit diversen anderen Sendungsformaten auf unserem YouTube-Kanal unter youtube.virtual-demenschen.de für euch da. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra. Der Retro-Rückblick ist eine Produktion von Virtual Dimension. Weitere Informationen über uns findest du auf unserer Webseite unter www.virtual-demenschen.de Für mehr Retro-Content schau doch mal in unseren YouTube-Kanal rein unter youtube.virtual-demenschen.de Eine Produktion aus dem Jahr 2021. Und dann aus dem Jahr 2021. K buddy. Vielen Dank.